hallöchen und herzlich willkommen zu einem heutigen weiteren oder neuen let's play euro schiff simulator ja mal gucken vielleicht gehen wir heute ganz schön fleißig unter wer weiß das schon wie gesagt mein name ist dat graf und ich heiße euch heute herzlich willkommen zu diesem wunderschönen ja doch sehr verregneten am dienstag aber wir fangen doch direkt mal an was haben wir denn hier so bei nacht 22 uhr ok ok guten morgen skipper wir sind zu spät hallo sprich ich da bitte spreche ich damit den typen da kann man auch irgendwie hupen was ist denn lenkt doch mal du affe wo will er denn hin hallo da dauert aber auch vielleicht meine fresse ohne karte wo wir hier sind sieht man auch nicht das ist ja eine mögliche fahrt da 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 meine damen und herren wir wollen heute fischern also das kreber tschuldigung das kreber das bekommen ein also ich will mich jetzt einmal ganz kurz hier umklicken deswegen habe ich jetzt erstmal die maschinen stopp gemacht kommt 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 man kuck okay das ist ja das ist das ist gut ich hab die karte gefunden und ich muss da mit der maus geht das auch tat also ihr könnt ihr mal in den kommentaren schreiben ob ihr wollt dass ich da von diesem von diesem spiel ein bisschen mehr mache als du bist jetzt eine folge oder ob ich halten let's play oder ein let's test oder hat es ein let's show machen soll also momentan ist es noch ein let's test ansonsten er müsste entscheiden also ihr entscheidet was ich machen soll ob ich ein let's show beziehungsweise ein let's play machen soll also kinders wie ich da bescheid meine fresse tuki 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 das ist tatsächlich gar nicht so leicht wie man eigentlich annimmt ne leute ist ja tatsächlich so ein bisschen träge ob man auch die titanik fahren kann also ihr könnt ihr auch mal den kommentaren schreiben ob ob man hier die titanik verdient titanik fahren kann wenn ja dann sagt mir mal wieder ding ja heißt wir wollen jetzt erst mal hier ein paar fische einsammeln wir tukern hier durch die woche trallon lalala immer der sonne entgegen da haben wir auch irgendwann wir fahren der sonne entgegen guten morgen wir müssen uns beeilen und den heutigen pfange aus den fischernetzen einholen passen sie dabei auf dass sie nicht schon können dazwischen fahren oh mein darling heute fahren wir auf den see zum fangen und fischen holen wir oh ihr kleinen vögel wo seid ihr denn geblieben ich komme richtig der habs kräftet kräftet betrifft ein aber als dabei ja wir haben es gleich geschafft da wir haben es gleich geschafft er verlass einen wenigen auf Flecken den Hafen die Bucht den Hafen die Bucht da fliegen Vögel wir haben hier ein Schiff als Seemann in der Not wir wollen jetzt zu segeln zum Fische fangen gehen das ist doch der Beruf eines Seemanns das Schöne an den Wetter ich sollte echt aufhören zu singen das ist das ist so wie als wüsste es gibt gar nicht es ist ein absolutes No-Go weil Menschen ihr wisst ihr wisst ich kann noch gar nicht singen aber kann er betätigen das geht voll gut man so fahren wir mal hier 50 50 Knoten bitte wir sind gleich am Ziel haben es gleich ja ja das ist toll Captain Captain wir haben den Zielort erreicht heißt er ich mache Captain so herzlich willkommen muss ja noch mal hier wird das kriegen wir auch hin und er ernsthaft die nette befinden sich näher der Küste dieser dreckige wix Captain wissen sie noch die nette befinden sich näher der Küste gehen sie das ist doch jetzt echt nicht euer ernst ANDREAS und und fahr schneller sonst ramme ich dich dann gehst du und da ist im Ich bin größer als du. Hör mal, wir uns zu schunkeln. Bin dann hier besoffen. Heiliger Mutter Maria. Der Seegang ist ja richtig strange. Mein Captain, mein Captain. Der drüben ist der Kuster. Jo, pupsen. Wenn er mir jetzt sagt, ne? Ich denke, dass die Netze nicht da sind. Ey, der Rastik kriegt hier. Dann ist hier Feierabend. Dann ist er Kack am Dampfen. Oh, das ist langweilig. Guck einmal mal. Vielleicht finden wir ja auch ein anderes Schiff. Eine neue Mission beginnen. So. Ich hole mir definitiv ein neues Schiff. Weil das ist ja richtig langweilig. Gucken wir uns das mal hier an. Das ist also mal ein Schiff. Okay. Gehen wir hier wieder rein. Hallo. Achso. Ja. Okay, was haben wir denn hier? Ah, okay. 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 Es ist schon ein bisschen größer, das Teil, ne? Hat er mal einen da? Willkommen heute. Stellen Sie sich ja... Na ja, was war denn das? Na, das kann ja auch nichts werden, wenn die Dinger hier so rumstehen. Hallo. Fährst du mal? Ich glaube... Ich glaube... Äh, okay. Okay. Okay, was ist... Äh, ähm. Sieht ja das auch, was ich hier sehe. Ich glaube, ich gehe unter. Das ist so viel voll. Ja, das ist so viel... Äh, äh. Ich nenne das mal gekonntes Untergehen. Warum kommt das Wasser immer näher? Ja, Leute, was ist denn hier los? Scheiße, äh. Äh, ja gut, äh. Das ist ja... Das ist ja irgendwie gekonnt, ne? Das ist ja richtig... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja richtig gekonnt hier. Ähm. Ja. Äh. Blub, 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 blub. Bist du gescheitert. Ihr Schiff ist schwer beschädigt. Ja, und mit diesem Text sage ich auch mal auf Wiedersehen. Und dann bis die Tage... Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ich euch gefallen hat oder ob ich mehr davon machen soll. Und vergisst nicht, diesen Samstag kommt ein Livestream mit einem Kumpel, das verspricht lustig zu werden. Also, in diesem Sinne sage ich erstmal auf Wiedersehen und möge die Macht mit euch sein. Bis dann und tschüss. Tschüss.